Ah, das mache ich doch auch noch... Videos, so... Okay. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ah, da kommen sie. Direkt aus dem Westen. Im Westen nichts Neues, das ist super. Richtig. Hm, da gehe ich nicht drüber, ich bin nämlich sehr ungeschickt. Ach so, da ist ja schon zweibreit. Das geht. Hm. Ja, und da wir einen Vorsprung haben, sieh mal nix. Ich kann dir leuchten, wenn du willst. Nein, ich wollte gerade das gleiche machen. Siehst du das? Ja, siehst du das, wenn ich leuchte? Ja. Da kommt wieder einer. Aber ich glaube, sie sind sowieso gleich drinnen. Okay. Ja, viele wollen sie noch nicht. Da kommen wieder welche. Ja, die gehen so schnell. Ja, die gehen so schnell. Ich stelle mich lieber innen hin und empfange sie, wenn sie durchkommen. Ja, ich glaube auch, dass die demnächst durch sein werden. Bleibst du da auf dem Plateau oder willst du gut zugestimmt? Ja, ja, ich bleibe am Plateau. Ja, ja, ich bleibe am Plateau. Ja, weil da wäre ein Dach auch drüber, falls uns irgendetwas aus der Luft angreift. Gut, bleibe ich auf diese Seite. Dann spielten wir uns frei. Aber irgendwie, irgendwie tut sich noch nichts. Ja, das wird schon. Wir haben ja noch Zeit, ne? Wir haben erst 23 Uhr. Aber die Kerzen leuchten schon schön hell. Ja. Ja? Sie sind heller. Würde ich auch sagen, ja. Sehr unspektakuläre Horde 7. Nacht. Ja, es ist leider mit dem Vorsprung da. Wir trauen ja nicht allzu weit da raus. Hm. Ja, äh, in unserem Häuschen, das wir bauen wollen, sind dann sowieso dort so Geländer angebracht, wo man durchschießen kann. Ja. Ja? Mhm. Da kommt wieder einer. Ja, Nacht 7 ist nicht. Spiktakuläre. Ha! Kopfschuss. Hahaha. Das war aber eher ein Zufallstreffer, glaube ich. Das wir können. Der ist auch erledigt. Ah, da oben kommt wieder einer. Ich mag auch ob was schießen. Dieser ist auch erledigt. Oh, fuck. Jetzt habe ich den Feil verschossen. Die kommen natürlich immer von der Seite, wo man kein ordentliches Plateau hat. Ja. Äh, wird sich bis zum nächsten Mal auch erledigen. Ja, das stimmt. Ja, was machen wir noch nach dieser Nacht, außer reparieren, Ressourcen sammeln und uns ein Bauplätzchen suchen. Nicht? Ja, wir werden auch abstecken zwischen 7 und 14. Mhm. Aber ich glaube nach 8 werden wir mal einiges an Loot-Tagen einlegen. Mhm. Schauen, was die Stadt so hergibt. Genau. Wie war der Rundgang? Ja, relativ ruhig. Ja. Ich sehe eigentlich derzeit sehe ich gar nichts, wo ich hier. Nein. Nichts. Kann sein, dass das schon war, ja. Unsere Base hat auch nicht wirklich von der Fahrqualität her nicht wirklich was hohes. Also der Counter ist wahrscheinlich noch nicht allzu hoch. Mhm. Achso, ja, genau. Wir haben ja noch keine Rüstung. Wir haben ja nicht wirklich gute Waffen. Es kann sein, dass das war mit der Horde. Da kommen jetzt die Griecher schon. Ja, das sind meistens die letzten. Die Nachzügler. Ich, die Griecher. Äh, ich, Licht. Ja. Warte mal. So. Besser gesagt, der Griecher. Ich sehe nämlich momentan auch nur den einen. Das war daneben. Klassiker. Auch daneben. Das war daneben. Gibt's doch nicht. Das war daneben. Gibt's doch nicht. Ja. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Das Häuschen hält. Schön. Ja, es waren aber auch sehr wenig. Na gut. Man sieht nur, wenn die Ausstattung nicht so hoch ist, das funktioniert anscheinend halt jetzt wirklich mittlerweile sehr gut. Hm, dass nicht wirklich viele kommen. Dass die Berechnung dann die Horde auch relativ klein halt. Das haben sie ja mit der Alpha 15 geändert und jetzt nur mehr nachgebessert bei der. Hm. Es scheint wirklich gut zu passen. Oh, mir ist kalt. Ja, das war's wahrscheinlich. Ah, hoppla. So. Ah, da kommt wieder einer. So, die Einzelnen kommen immer welche. Ich wünsche mir einen Mining-Helm. Wünschen kann man so viel. Hm. Na? So, jetzt bin ich drüber. Ja. Ja. Nix Großes. Ah, da drüben kommt der Dicke auf deiner Seite. Ja, richtig. Ah, da drüben. Oh, da drüben. Ah, da drüben. Oh, ja. Ja. Ich glaube eh nicht. Vor allem wird er da die ganze Speckerei mitnehmen, sowas entlang. Ich schau mal, ob ich den einen Poncho machen kann. Achso, der ist ja für die Kälte. Ein Poncho? Ja, der kühlt ja. Warum hast du denn die Kapuze da drauf gewärmt? Ich hatte eh meinen Hut. Ja, der kühlt ja. Ja, den hab ich eh schon abgenommen. Ja, sorry, dass es nicht spannender ist, aber mit der Wegfindung schaffen es auch nicht, dass sie da rüber kommen. Nö. Ja, dafür ist der nächste Tag interessanter. Oh, was? Schwergewicht kommt. Den, was es eine Zeit lang nicht mehr gegeben hat, und den sie jetzt mit der 16er wieder reingenommen haben, den Zambi mit neuer Textur. Okay. Der arbeitet sich grad da auf der Seite entlang nach vor. Ja. Ich bin immer im Fallschneck. Aber ich glaube, er wird es auch nicht schaffen, bis ganz nach vor. Ja. Du stehst auf der Kerze. Ja, ich weiß. Ja, der kommt gleich auch nicht. Okay. Ja, ich denke, das war's. Wird nicht viel zum Reparieren sein. Wird nicht viel zum Reparieren sein. Da kommt wieder einer. Flop, flop, flop. Und rein in die Spex. Flop, 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 flop. Ja, dadurch, dass wir meinen Helm auch noch haben, sobald ich die Taschenlampe wegnehme, sehe ich es wieder nicht. Es geht so halbwegs. Ich hoffe, dass es in der Aufnahme besser ist. Da kommt jetzt wieder einer. Okay. Schauen wir mal, ob wir da einen platzieren können. Was zieh ich mir da? Jawoll, Treffer. Cool, du bist schon ganz gut. Der nächste Pfähl ist vorbeigegangen. Ich schieße nur vorbei. Ah, da kommt der Griecher. Äh. Ah, ja, da ist er. Nicht abbauen, Kumritur. Da ist die Party. Was ist mit dir? Nein, jetzt fährt er nicht. Ja, wirklich. Ich gehe wieder nach Hause. Mir gefällt es mir doch nicht. Dann, was ist der jetzt gestorben? Jetzt liegt er... Ah, er hat sich ausrasten müssen. Ist ja doch anstrengend auf alle Viere da durch den Boden. Auf dem Boden herumkriechen. So. Oh. Oh. Das war daneben. Das auch. Einmal links, einmal rechts. Aber jetzt. Ich sehe da gar nichts. Na gut. Ich schaue mal gerade. Ah, da kommt einer gelaufen. Ich suche gerade den Nachthimmel ab. Ein Zappelphilip ist... Nein, die Trifischer-Drocks überhaupt nicht. Der Zombie macht mich immer restlos aggro. Na gut. Ja. Sorry, nichts los im Westen. Ja, vor allem sie kommen so verteilt. Ah, da kommt wieder einer. Ein Schwergewicht. Und rein in die Spikes. Bitte, das hört sich ja nicht gut an. Jetzt dürften da ja kaum mehr Spikes stehen. Dann stellen wir sie immer da rüber. Ist nichts da. Viel Lärm um nichts. Ja, ich würde sagen, wir haben wieder einmal viel zu gut die Verteidigungsanlagen aufgebaut. Also wenn da jetzt nicht mehr etwas Großwörtiges kommt, kommen die nicht einmal nach innen. Ja. Es wird sehr damit gerechnet, dass Tibra und ich wir uns da gegenüber aufstellen müssen. Um sie dann mit Pfeil und Bogen hin und her zu locken. Und so den Rest zu erledigen, aber die kommen anscheinend nicht. Nicht ins Innere. Nein. Ich schaue schon, aber da ist nicht. Gut. Können wir eigentlich. Ja, ich glaube, wir beenden hier. Mhm. Und starten dann am Morgen mit dem Zeitraffer, wo ihr die Reparatur arbeiten seht. Wenn zu viel... Wenn viel zum Reparieren ist. Genau. Also... Ja. Ansonsten... Ja. Vielleicht eine normale Folge oder... Whatever. Whatever. Okay. Also bis dann. Happy Gaming. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Let's go cool though. Ciao, ciao.